Mian! Weiter geht's! Nein! Lass mich in Ruhe! Schwuler Stein! Schwuler Stein! Na, kotzen! Boah, gar... Hallo? Jetzt geh schon sterben, du Mistvieh! Ja, seh ich auch so. Jetzt greift alle der Spongebob 4 an. Das ist schwul. Na, komm, Mann! Geht doch, Mann. Schwule Sau. Ich will zu Satori, aber heil. Heile. Ah, nein! Lass mich in Ruhe, du Stein! Schwul! Lass mich in Ruhe, du Schwul! Ah, bitte. Ich will geheilt werden. Ah, der Ort ist schwul. Ich sag's immer wieder, der Ort ist schwul. So! Wieder in Sicherheit. Jetzt heilen! Geheilt werden. Ich habe ein Aurene. A Vision. W- W- hmm whining Zanae I just can't imagine what goes through your head doesn't it hurt ah whatever Kanaku looks like your Zanae is awake Zanae hmm Porky I apologize but give us a moment Zanae this is the end just work for me like you always have if that's what you want then please go back to the way you've always been first if you could just do that I'd gladly work for you m'lady Kanaku Yasaka this is the end please just like always return to being my god why are you still turned away from me you can't see this the way I do hmm then that's your choice fine by me I don't like it but I'll follow orders regardless Aaron welcome the torture specialist Aaron ladies and gentlemen I'll leave her to you make her unrecognizable as a human body oh for me well well miss Aaron you gonna tell me how this torture should go torture? folter? yes sir today's toy is the electric chair well not quite but you get the idea this'll shake you up for a good while with lots of pretty little electricity wow wow let's give it a spin okay but this is going to be tough we don't want to go too far she's just a human burn her black and she'll die on us so I'll show you how it goes first pssst mash the Z-key to restore life if it goes down to zero it's game over warum kommt mir das so bekannt vor? don't tell me die Folter-Szene aus Metal Gear Solid scheiße ich hab die Stelle immer gehasst im Spiel ich hab da immer voll Panic bekommen Button-Smashing wie sonst was ach ich kann speichern oh besser ohne Vorwarnung Mann ohne Vorwarnung bitch oh very stubborn I've even pressed the button on an incident once so is there anything wrong with that? ahhhh schlampe hey neee boah mach das doch mal sonst gibt's Ärger neeeeeein hehehehe smell just how a man likes it burned oh schlampe schlampe boah ey waaah kotzen Metroid Musik Metroid Musik spiel ich jetzt etwa wieder als Sanai? weil immer wenn Metroid Musik kommt dann rechne dann kann man sofort damit rechnen Sanai taucht auf ja 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 Oh Gott! Nuts, das war nicht supposed to happen. Ich muss mich verabschieden. Es ist okay. Es ist okay, denn du bist still alive. Schickadies! 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 Was mit dem Gesicht? Ich habe meine guten Augen. Ents ist es Argeniere, dass du, wenn du, wenn du eine Freund zu spätst. Okay, ich bin, ich bin, ich bin, zu schicken. Soll ich nicht, ich bin, zu schickern. Aber bitte nicht, bitte nicht mehr. Die Guts sind alle Noten, so wir sollten gut nachdenken. Ich werde einfach mal, wenn wir die Dimension kommen! Wir müssen uns verabschieden. So you wanna get Yasaka and Maria back? Obja can still fight or burn up like that. It's up to you to choose, I guess. So what you wanna do? Are you listening, are you? Hell, either or. I'm gonna get you out here. Suica joined the party. Hey guys, Suica als Partnerin. Tatsache, ich spiele wieder als Sonder... What? Mein einziger HP! Seid ihr des Wahnsinns? Scheiße, ich bin vollkommen wehrlos. Oh fuck, wenn der mich jetzt erwischt. Nein, ich darf nicht erwischt werden. Oh fuck! Das ist ja voll... Nein, nein! Nein, nein, nein! Oh! Milchmann! Geld hab ich ja. So ein Long Loaf wäre nicht schlecht. Toll! Sonst gibt er mir nichts. Schwuler Sau. Scheiß Milchmann. Ich muss ja abhauen, ey. Fuck it. Aber das war jetzt mal Überraschung pur. Metal Gear Solid Reference. Ich meine, die Folter. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Kurze Pause, dann geht's weiter. See ya, guys! Aberdeen. Und das war jetzt mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020